bisschen post sollten wir aber 100 fische haben wir definitiv noch nicht abgegeben 92 92 aus der shipping box und dann war das doch hier drin wo wir das bezahlen mussten oder das kann man das sogar eine tür offen ich habe keine keine schulden ich bin auch der meinung das hatten wir doch damals schon dieses thema dass das im multiplayer irgendwie die mussten im multiplayer mussten wir das damals bezahlen das ist so damals mussten wir das bezahlen da hat er gesagt willst du jetzt mal den schulden bezahlen okay da war das so aber jetzt wie man sieht habe ich keine schulden er muss jetzt auf seine stimme achten ja er hat mir erzählt dass einige von euch tatsächlich sich auf dem kanal eingefunden haben bei ihm und das fand ich ganz toll habe ich gefeiert davon von mir ein mega danke ja auch von mir erst die mona lisa challenge teil drei nummer so werbung einblenden bitte ich denke ich denke mal von einzelplayer muss man wahrscheinlich die tausend genau genau ist anscheinend genau die musste die 1000 bezahlen ich würde mir gerne ehemann rucksack kaufen ja macht das doch mal weil wenn wir in die mine gehen dann wäre das ganz sinnvoll ja weil wir müssen tatsächlich ärzte anschleppen ich kann jetzt nicht sagen wer es war ich vermute es anscheinend ich bin mir aber nicht so sicher hat daher nochmals mailfach checken das gerade noch wieder habe ich gesehen ja ja habe ich gesehen nein nach schnell es bin ich durch dieses wort schieten bin ich schon wieder total aus dem konzept keine schulden hier wird geschietet bestimmt schärfe bestochen es gibt möglichkeiten ja nein keine ahnung glaube es anscheinend ich weiß es nicht ob es anscheinend das war auf jeden fall wurde geschrieben dass wir uns er zu holen sollen die einschmelzen sollen aber die nicht als barren verkaufen sondern deren werkzeug davon macht genau 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 macht ja alle manu manu hast du meine 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 nachricht bekommen ich bin so warum schreibt heiko falsch ich werde aus diesen menschen einfach nicht schlaue ich habe jetzt hier gerade kartoffeln geerntet oder bin gerade noch dabei ach man ich verlaufen mich in diesem blöden ort das ist wirklich will wir nach pumpkin will zurück ich verlaufen hier ist wirklich unfassbar ich wollte doch nur zu duante man hat das ja lieber heiko das ist lieb dass du falsch schreibst aber wenn du mir nicht dazu schreibst wo falsch heißt wozu falsch dann kriege ich das nicht hin i have a mission for you och gott soll ich die annehmen natürlich i have run out of smoky wood hat alle hände voll zu tun im moment i only need 10 of them ok da brauche man ja nur ein bäumchen fällen wie es ok woodford wante heißt das ganze ok war das der was der diamant axt einbringt am ende die das war ein jahrhundert wenn ich das richtig richtig in erinnerung habe by and sell rucksack großer rucksack 2000 ehemann ja der kostet ein paar taler ja 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 mach mal bisschen paar taler haben wir ja jetzt gerade also und daher geht das ok ok er muss ehemann muss das ist wirklich genau jetzt habe ich zwei reihen mehr das ist so dann können wir echt mehr mehr transportieren have a nice day wenn ich aus diesen läden rauskommen wie viele tage hast es die zeit für den quest einen moment moment steht ja nix woodford wante ja das steht auch immer bei wie viel tag oder zehn smoky wood i can get smoky wood from the driftwood lying around along the beaches smoky wood ist das das was wir haben oder was was wir bei uns auf der farm steht brown wood entlang des beaches oder was ja ja deswegen bin ich ja gerade mal gucken wo dann da am spiel der holz nicht da kann ich mich gar nicht daran erinnern was da überhaupt welches nicht da hinten ist tatsächlich ja auch mal eben gucken immer die hake ich wollte mich jetzt eigentlich ein bisschen auf dem weg zu machen darf ich schon losgehen ja ich gucke mal eben kurz ich will mal einmal oh ja noch smokey wood wunderbar das kann man ja auf sich dann noch mal macht zehn stück kannst du schon sammeln ehemann ich mache schon mal mein rucksack leer ok wirst du die axt bei dir oder nein natürlich in der kiste oder die axt habe ich dabei doch was bei dir kaputt gegangen erst mal essen weil ich jetzt gerade schon die ganzen sachen gegossen also die ruhe lasse ich hier die gießkanne lasse ich hier das netz den braucht zehn jahrzehn das netz lasse ich hier und die kokosnüsse lasse ich auch hier die samen lasse ich hier ich nehme nur spitzhacke und schaufel und essen mit das ist doch hoffentlich okay oder und dann werden wir mal hier mal ein bisschen rucksack füllen oder was sagt ihr dazu mal ein bisschen geld verdienen damit wir hier mal und stelle kaufen können et cetera wäre doch mal eine maßnahme hier mal die poliermaschine hat hast aber jetzt nicht gekocht ach nee geh mal kicken ja bist du sowieso unterwegs ja oder ich schaff das rechtzeitig dadurch gehe ich gehe hier ist ja noch zeit ich könnte du kannst ja schon losdüsen ich kann ja hier das holz hat das muss ich eh dann das kann ich dann ja klar weiß nicht ob ich ihm das auch bringen kann ich dir leider nicht sagen das werde ich erleben welche welche museum oder diamond falls welche mine museum ist dichter okay dann haben wir noch keine wir haben ja noch keine speziellen edelsteine die wir jetzt unbedingt an irgendeiner stelle suchen müssen so mal gucken ob ich im journal die ich den quest habe und vor du wandte ich hab den ok da gut da gehe ich da jetzt gleich hin und gucken ob der auch die poliermaschine ja 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 gib gas oder irgendein tier hätte ich die schaufel vielleicht nicht mitnehmen brauchen ja ist aber jetzt egal 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 ist 88 genau ich guck mal nach der mail hast es erfasst ja ja er macht jetzt größere du wandte macht jetzt größere küchen nicht nur die kleine schöne können wir bei die großküche haben muss aber erst 50 gerichte 50 gerichte kochen richtig kochen oder schreit ja schon wieder nach dem koch streamer ja ist auch hier wieder die frage 50 mal essen oder 50 gericht verschiedene beim bei den edelsteinen wird uns ja gesagt dass das egal ist glaube damals waren das nicht verschiedene da war das haupte 50 mal ja gut 50 mal vor der krüge in kürzester zeit zusammen deswegen das war doch verschieden nicht verschiedene das war doch das war doch masse oder nicht lieber schätzt war das masse oder war das die verschiedenen ich habe vier mal tapete von ihm gekriegt hätte ich wahrscheinlich kannst du gleich mal in die waldigkeit sagen ganz gleich in die shipping box tun ja es anscheinend bis gleich und lass dich nicht nicht weg wehen oder voll rieseln weil bei uns regnet dass ich weiß ja nicht wie es bei dir ist nämlich mit also tatsächlich lohnt sich das noch nicht die die poliermaschine hatte noch nicht hat er noch nicht ja dann werde ich mich jetzt mal richtung mine begeben ja 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 ich habe 99 suppen habe ich mit heiko muss mal gucken dass ich neun suppen habe ich mit tatsächlich ja ich will jetzt auch versuchen tatsächlich bei die in diesem stream bis hinten durchzukommen mit ihnen mit den großen steinen das könnte knapp werden versuchen ja das ist mein mein ansinn wie gesagt jetzt habe ich auch einen größeren rucksack das heißt da kann ich jetzt auch jede menge zeug mit schleppen eigentlich hätten wir sunshine ja auch die babys mit geben können unsere jazz ist nämlich krank und das ist dann immer so ein bisschen wie kriegen wir das hin mit den babys so soll ich noch ein paar süppchen mitnehmen also ich habe neun stück mit ja ich habe 14 und jetzt nehme ich noch mal zehn mit so und dann begebe ich mich mal zum ja werde ich ausrichten manu werde ich ausrichten ja erst mal der kleine krank jetzt ist die große krank also dauert nicht lange bis andrina auch krank ist und der olli aber der olli darf auf keinen fall der braucht seine stimme ja 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 das ist ja leider noch lange 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 kein bruder wert für mich ja wenn mal was ausfällt fällt was aus habe noch eine schatztruhe gefunden mit zehn geschliffene meteor drin echt ja chrissy sag ich auch ich sag ich dass das zehn geschliffene meteor geil das klingt gut ja los bewegt dein hintern hierher wir brauchen die aber es war wahrscheinlich dass wir aber ich habe ja bestimmt irgendeine zeile nicht gelesen dann war das garantiert nicht in dieser höhle weiß wo die pyramide ist der klein auch die wir die versteckte wo man runterfallen muss oder war das bei der pyramide da hinten war das nicht diese versteckte höhle da hinten bei der pyramide weiß ich jetzt gerade nicht ich muss aufpassen auf meinen roten balken andrea pass auf den balken auf andrina pass auf den balken auf pass auf den balken auf das was letzte letzte stream passierte soll nicht noch einmal passieren also andrina achte auf den balken auf den balken wie ich habe natürlich ich was glaubst du denn ich meinst du ich meine ringelpizze mit anfassen oder was ist das denn für eine aussage stehe es gleich vor dem nächsten großen stein okay so jetzt werde ich mal hier essen und noch mal essen ja finde ich jetzt die ersten sachen essen und drei suppen und ich bin für noch nicht voll nach also ich hab dir jetzt richtig runter gewirtschaftet im balken reisen ok jetzt kriege ich auch ein bisschen was zu fassen ja dann können wir uns noch mal selber wieder werkzeug machen ja das beste erstmal selber behalten und dann den rest wo die ersten edelsteine wunderbar dann bist du heute tatsächlich in eine andere richtung gegangen wie ich werde aber trotzdem hier den stein mal versuchen da ist ja nicht so dass als ob wir uns jemals in der mine ausgekannt hätten also ich schon du nicht du hast mir nur nie vertraut ich habe den zuschauern vertraut du nicht etwa weil ich irgendwann auf meine eigenen schleimspur ausrutschen dann darfst du mir hoch darfst du mir hoch helfen also die frage ist ob ich jetzt zum nächsten stein jetzt komme weil wir sind noch reichlich ärzte ich muss aufpassen auf meinen balken und ich bin ich bin ich bin ich habe doch mehr als 9 mitgenommen ich hätte 14 mit das ist ja auch immer ganz ganz hilfreich wenn du reichlich hast hallo daisy hallo mein sohn also bei dir kaputt hallo mein sohn moin kalle hier ist was los was ist denn jetzt passiert ja es ist nie los lavisina wo ist lavisina da oben lavisina ich hab dich übersehen oh mein gott hallo lavisina äh ich denk so lavisina wo 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 ähm hallo lavisina schön dass du da bist was ist jetzt los meine hacke ist kaputt und du hast keine mehr ich habe keine mehr ja dann fahr jetzt nach hause ach ich hätte gedacht dass sie noch die eine runde hält oder was aber nein aber nicht bei einer ganzen mine hallo ist ob ich jetzt noch mal zurückkommen ob ich mir eine hacke mache und ja bitte ja dann mache ich das so lavisina normalerweise ist es so dass du dir einen zettel schreibst nein alles gut es ist noch nichts noch nichts schlimmes passiert ich lebe noch ich bin noch nicht im krankenhaus aufgewacht ich habe noch keine penunzen bezahlt alles ist gut naja buccieroni macht jetzt hier feierabend da kommen wir hier gerade entgegen wer ist buccieroni wer ist buccieroni kennst du nicht buccieroni wo war dann jetzt der andere große stein den ich gerade nicht machen wollte wo ich mich geweigert hatte hä das ist wirklich eine interessante frage ich hab doch jeden großen stein gesehen oder warf ich mich jetzt so jetzt guck ich mal äh nee das ist kein stein oder nee das ist gar kein stein oder nee das ist gar kein stein siehst du ich hab mich mich getäuscht aber hier hinten ging es auch nicht weiter also ich hab nichts für das museum das heißt die edelsteine die ich hab kann ich von instant in die shipping genau sechs inventar frei zu kriegen aber hier hinten komm ich tatsächlich nicht weiter ach komm schon das ist nicht euer ernst ich komm hier nicht weiter oder sackgasse nennt man das ach das na du kennst dich ja gut aus in der mine hast du ja gerade laut als verkündet ich bin den pilzen abgewichen ehemann natürlich hm ja theoretisch theoretisch solltet ihr alle die den channel abonniert haben ähm solltet eigentlich alle eine nachricht kriegen ähm dass ich ähm auf dem stream gehüpft bin aber da wir ja wissen dass das theorie und praxis immer ziemlich weit auseinander flödern bei dir kommt eine manu ja cool äh zweimal holz einmal metall ne wenn ich ein experiment mache aber warum willst du zweimal holz machen weil man da zweimal holz für die hacke braucht nach dem rezept die spitzhacke glaube ich nicht ich glaube dreimal metall ja ja aber 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 war das nicht ein holz und drei metalle hier ihr lieben könnt ihr einmal kurz in chat schreiben wie er die spitzhacke zu machen hat ollie braucht also nach dem rezept zweimal holz einmal eisen waren für eine eisenhacke die eisenhacke aber das rezept ist ja grundsätzlich das gleiche ich schreibe heiko schreibt ja ein holz drei eisen also oben holz und dann drei eisenbahnen darunter haben wir die dann haben wir das rezept haben wir noch ein was hast du das rezept das nur für eisen ich möchte aber eigentlich eine goldhacke machen weil ich mehr gold gerade rumliegen habe ja jetzt habe ich die goldhacke geahnt die goldhacke eine goldhacke keine spitzhacke gut die werde ich jetzt zu geld machen gleich aber ähm dann mach es nach rezept dann mach es nach dem eisenrezept die braucht einmal holz und dreimal äh ja ja ein holz und drei eisen ja ja aber 50 50 chance dass du es kriegst das ist das du hast jetzt beim nächsten mal wird es jetzt tatsächlich eine spitzhacke es gab eine 50 50 chance dass du entweder eine hohe kriegst oder eine spitzhacke also muss ich jetzt nochmal einmal holz und nochmal dreimal gold und dann genau ich hoffe das ist euch hier nicht zu dunkel sagt mir dass es funktioniert hat was nicht gleich erleben goldhacke jetzt ist mein gold aufgebraucht da macht ihr ne eisen tut mir leid ehemann haben die die rezepte verändert nein dürften sie eigentlich nicht oder rein theoretisch dürften die doch die rezepte nicht verändert haben oder jetzt redet der jemand nicht mehr mit mir ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren dann sagst du so eisen spitzhacke tipptopp spielt am kindes ich bringe ja wieder gold mit nach hause ehemann ja ein bisschen was habe ich ja auch aber ich würde die host quasi eigentlich noch nicht oder wollen wir die doch viel verkauft gehen ja ich tausche jetzt meine ich habe ja hier ne ich habe eine kupferhacke die verkaufe ich die ist ja schon ziemlich weit verbraucht nehme dafür eine goldene gleich für mich und die eine kupferhacke also die alte kupferhacke und die neue goldhacke die wir ja auch nicht mehr brauchen die werde ich jetzt nochmal gleich in die shipping bin schmeißen würde ich sagen haben wir doch eh so geplant wir holen erze aus der mine und machen wir uns werkzeuge das war ja sowieso der plan ja also ich glaube ich bin schon ziemlich weit drinnen wenn ich das richtig sehe aber nicht ja wir haben ja eine gold ruhe habe ich ja oder habe ich keine gold ruhe also ich habe jetzt auf jeden fall eine goldrage und die eisenspitzhacke habe ich jetzt eben gemacht mangels anderer alternativen ja alles gut ich habe ja meine goldspitzhacke ist auch fast hinüber sage ich dir mal so ja hier komme ich auch nicht mehr weiter ok dann müssen wir mal kicken wo wir jetzt lang gehen ne da drüben was grünes glitzern sehen irgendwie aber da komme ich hier habe ich was war ok fäschen hüpf ich glaube ich sehe ich glaube ich sehe den nächsten großen stein vor mir jawoll na gut dann wollen wir mal ich hoffe dass meine meine spitzhacke dass meine spitzhacke aushält den pilzen folgen ja genau heiko na er ist essen oder er stein kaputt oder er spitzhacke kaputt das wäre jetzt noch der knuller ne ja aber ich komme ja mit einer frischen hacke ja ja aber es nützt mir das dass ich den stein da weggeknackt kriege und was mache ich dann ohne ohne spitzhacke weißt du was ich meine ja gut aber ich bin glaube ich schon ziemlich tief drin jetzt in der mine ich glaube man kriegt da gar nicht alles weg wenn man wenn man die richtige hacke hat da war das nicht irgendwie so das war glaube ich nur bei den echsen also du hattest recht manu schreibt als erstes zwei holz und dann ein eisen ja jetzt hätte ich eine schöne goldtage haben können oh armer armer ehemann wollte ja nur nur den den chat mit einbeziehen schrödingers chat ja was wir wollen mit den nein wie kommt also mickey bitte kommst du denn da wir wollen wir wollen nur mit die ursachen da hat er ja auch nicht ganz unrecht nein so haben wir nicht gewettet hätte 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 das ist der rest ist doch nur nur pro forma eine krone zur auf mutterung von ollie jetzt hast du krone von kalle gekriegt ich ich komme einfach freude kalle streamst du heute gar nicht was ist denn bei dir los ach dein kind ist los naja das ist natürlich ok soll ich dir was sagen schaffte keine kenne an kalle aber ich komme hier auch nicht weiter die haben die mine verändert das geht so nicht mehr wir wachsen keine pilze ja eins davon hat es gerade geschrieben ich habe gute reden hat er geschrieben ich habe drei kinder ja das stimmt eins davon hat gerade geschrieben ich ehemann ich habe mich verlaufen du musst eine suchanzeige raus tun ja wie gut dass das oben den leaf cave button gibt ne äh kalle wohnt nicht hier zu hause micky kalle hat sein eigenes hause hat seine eigene familie was ach machst deine videos von morgen fertig ja mein vom morgen sind meine schon fertig tatsächlich aber wo geht es denn hier ist doch der weg hier sind doch die siehst du hier sind doch die pilze Warum sagt mir denn keiner außer Heiko, dass ich die Pilze folgen muss? Habe ich doch gesagt, ich bin schon Oma. Willkommen zurück, Daisy. Aber hier hinten, ach nee, hier hinten war ich doch noch nicht. Guck mal hier. Hier hinten war ich doch noch nicht. Ich schätze, wir kriegen die eh nicht komplett leer. Ja, vor allem, weil meine Spitzhacke gleich fort ist. Ja, dein Leben ist hart. Ja, das ist Uranium, die Ersten. Du bist, glaube ich, einen ganz anderen Weg gelaufen. Ich bin einen ganz anderen Weg gelaufen, ja. Das ist richtig. Hier ist nämlich auch wieder ein großer Stein. Blöderweise. Blöderweise? Ja, aber ich kann dir gerade nicht helfen. Ich sehe auch einen großen Stein. Shit. Oh, wir sind noch lange nicht hinten, ey. Nee, das ist richtig. Ach, Micky, Züge halten auch mal an Bahnhöfen an. Manchmal halten Züge auch an Bahnhöfen an. Was hast du eh nicht mehr? Ehemann? Äh, viel Platz im Inventar. Oh, ich habe noch genug. Aber ich habe keine Spitzhacke mehr. Huhu. Oh, Ehemann, da ist ein Stein. Ja. Brauchst du Hilfe? Da darfst du dich berufen fühlen. Mein bisschen Spitzhacke, was ich noch habe. Ja, dass wir das zumindest jetzt noch wegkriegen. Weil was weg ist, ist weg. Ich muss aber gleich nochmal Süppchen fordern. Ich bin schon dabei. Aber gleich macht es knack und meine Spitzhacke ist weg jetzt. Ja, jetzt ist aber auch zum Glück nicht mehr viel. Was mich raten, du hast mir keine mitgebracht, richtig? Äh, nein. Ja, ich wollte ja irgendwann mal da fertig werden. Tja, tja, was machen wir nun? Sieht gut aus, was du da tust. So, dann können wir noch mal gucken, wie weit wir jetzt noch kommen, ob das jetzt schon der Rest ist oder ob wir noch weiter müssen. Also hier war noch nie so viel Gras. Ja, hier ist schon der nächste. Ernsthaft? Ja. Ja, 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 ja. Ja, gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr versuchen. Nee, tatsächlich nicht. Aber du kannst ja hier noch ein paar von denen mitnehmen hier. Was hier an Ärzten liegt, ja, ja, ja. Ja, würde ich mal so sagen. Das auf jeden Fall. Und dann gucke ich mal, das Museum hat ja jetzt gleich offen. Alles, was wir schon, ähm, was wir schon haben, könnten wir ja theoretisch auch gleich noch, äh, abgeben. Ja, das siehst du? Ich werde, warte, wie lange, wie lange, warte? Oh ja, ich werde mal schon mal verlassen. Wollte ich gerade sagen. Kannst ja schon mal, kannst ja schon mal zum Museum gehen. Der ist ja schon da. Der Kerstbärner. Dann kannst du schon mal ein bisschen was abliefern. Und ich liefere dann den Rest, was noch, äh, glaube ich. Ja, Micky, ich grabe den, den großen grauen Stein mit den Händen aus. Was hältst du davon? Das ist doch eine gute Idee, oder? Hast du schon das Zeug, ach, du hast die Tapete gekriegt. Ja gut, alles klar. Die grünen Pilze waren noch nicht mal in Sicht. Das stimmt, oh, wir haben noch viel. Ja, okay, dann. Oh, aber der Rucksack hat sich bezahlt gemacht, eh, man jetzt schon. Ja, natürlich, klar. Nochmal Uranium. Bada, bam. Da gibt gleich mal die erste Hacke. Was wirst du denn mit einer Uraniumhacke? Ja, die leuchtet doch immer so dolle. So, hallo, Evan. How are you doing? Donate. Ich hab nichts, was ich donaten könnte. Ernsthaft? Schock. Was? Oh, danke schön. Oh, keine, danke schön. Wow. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Dankeschön. Oh, mein Herz. Danke, 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 danke. Wow. Oh, dankeschön. Oh, mein Herz. Dankeschön. Oh, ich war gerade total perplex. Danke. Im Übrigen, hier steht gerade was und das kann ich nicht verstehen. 63% of the museum is completed. Ja, die Anzeige muss buggy sein, die war letztes Mal bei dir schon nicht. Also ich hatte schon eine andere Anzeige als, 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 äh. So, ich hab jetzt hier gerade gar nichts mehr, komm ich da mal auch raus und guck, ich war, was ich noch fürs Museum anbieten hatte. Wir müssen, äh, wir müssen, äh, ernsthaft? Ja, irgendwie. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, aber Moment mal, die Steine müssen ja poliert werden. Ach, die, ja, natürlich, die können wir ja noch gar nicht, äh, ja. Die müssen ja poliert werden. Ja, okay, Frage beantwortet, ja, ist klar. Ja, Desi, ich bin auch voll erschrocken gerade. Ei, 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 ei. Oh, danke, Kalle. Dein erstes Abo bei mir. Äh, dein erstes Subscription. So rum. Dankeschön. Oh Gott, ich hab voll die Gänsehaut gerade. Oh, oh ja. Oh. Ja, jetzt ist die Frage, Poliermaschine, ne? Wir brauchen die, ne? Wir brauchen die, weil eigentlich theoretisch haben wir doch schon genug Edelsteine verschickt, oder nicht? Theoretisch, ja. Oh, danke für deine Subscription. Oh, ich war auch. Ich bin total fertig. Eh, Mann, ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Ich werde jetzt nicht mehr weiterspielen. Haha, so brennt ihr den Helm, oder was? Ach, Mann. Nee, dann müssen wir jetzt die Edelsteine komplett in die Shipping-Bin hauen. Oh, das möchte ich aber... Dass du an dir dann nochmal mit rüberkommst, ne? Aber ich möchte jetzt gerade tatsächlich meine ganzen Steine nicht wegtun. Okay, und das hilft dir jetzt genau was, außer dass sie das als Inventar zu kloppt? Ja, aber hat er nicht schon geschrieben gehabt, dass er die... Ähm... Nee, muss nur noch mal gucken. Ich glaube, nein. Bitte. Ja, die Werte... Oh, Gott! Kalle! Oh, Kalle hat Daisy ein, 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 eine Stufe 1 Abo geschenkt. Oh, wie cool! Oh, Rico, danke, 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 danke. Ja, Daisy hat jetzt eine Subscription von, von meinem Twitch-Kanal. Oh, wie cool. Äh, Manu, nein, die können wir eben noch nicht kaufen, weil wir die leider noch nicht im Allerweil, Abus, 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 ich bin total, ich bin total, ich bin total gerade total fix und proxy. Ein Abonnement geschenkt. Kalle hat Daisy ein Abonnement geschenkt, oh, wie süß. Du solltest einfach das Gute Laune haben, Sohn. Wenn du Gute Laune hast, kommt immer rein. Ja, wir waren der Meinung, so ist es ja nicht, dann machen wir hier Gute Laune, dass man davon ab. So, ich gehe nochmal zu, man kann ja jetzt was anbieten. Ja, deswegen, also ich würde jetzt ungern noch reinschmeißen, aber ich suche mir jetzt mal ein bisschen, boah, diese Käfer. Gold. Kupfer. Und das, das, das ist ja wirklich wieder und Eisen. Ne, doch, ich bin vor, oh, Rico, wie lange ist das her? Ja, wann bin ich Oma geworden? Vor drei oder vier Tagen, ne? Tannenbaum-Oma. Ich wusste so lachen. Rico hat ein kleines Bäumchen, was ein Ableger geschliffen hat, äh, bekommen hat. Und Rico schickt mir eine Nachricht, der nächste Nachwuchs ist da und ich hatte schon Befürchtung, dass ich wieder Oma werde, aber das war nur ein Tannenbaum-Ableger, aber das war nur ein Tannenbaum-Ableger. Er hat also nach wie vor keine, keine Maschinen. Kannst du mir bitte eingefallen tun, lieber Ehemann und kannst du Daisy erklären, ähm, was das jetzt zu bedeuten hat, dass sie von, von, von Rico ein Abonnement gekriegt hat? Also, Daisy, du hast jetzt ein, ein Abo, das heißt so viel wie, dass du jetzt auf jeden Fall hier bis auf ganz wenige Ausnahmen, äh, gar keine Werbeeinblendung mehr bekommst. Und, äh, ja, dann gibt's noch die, jetzt kommt QVC, oder, ja, nee, ähm, ähm, also, Abonements haben auf jeden Fall, mal den Vorteil, äh, der Werbefreiheit, ganz klar, ähm, und außerdem geben Abo immer das gute Gefühl, den Streamer seiner Wahl zu unterstützen. So, das sind die zwei primären Vorteile und dann gibt's noch so kleine Sachen, an denen arbeiten wir ehrlich gesagt noch, also sprich, zusätzliche Chat-Emojis oder irgendwie, es gibt diversen Spielkram, sagen wir mal so, das eine oder andere werden wir sicherlich hier auch noch implementieren. Kliment, hier? Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel hier ganz viele Trolle reinkommen, die sie jetzt hier ihr Unwesen treiben, dann kann ich den Chat zum Beispiel auf Sub-Only stellen, das heißt, es dürfen nur die Leute schreiben, die ein Sub haben. Denn, dadurch, da ich noch ziemlich klein und ziemlich am Anfang bin, ähm, wird das so schnell nicht passieren, von daher gehe ich davon aus, dass hier keine Trolle reinkommt. Außerdem gibt's ja die Vorstufe, den Subscriber-Only, äh, den, 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 äh, Follower-Only, das heißt, äh, äh, ne, das Follow kann man ja nach wie vor für exakt 0,0 Euro hier jederzeit hinterlassen. Äh, das kostet ja eh nichts. Und Leute, ihr müsst euch merken, es ist hier kein Muss, es ist toll, ich freu mich in Lochenbauch, aber es ist kein Muss, ihr müsst hier gar nichts, weder Zahlen noch sonst irgendwas, ihr müsst hier wirklich rein, gar nichts. Ich hab euch das im letzten Stream schon gesagt, ich freu mich, wenn ihr dabei seid, ähm, und ansonsten müsst ihr die ganzen Sachen rein, überhaupt gar nicht.